Ich drucke jedes Gebäude aus Clash of Clans. Heute Teil 1, die Bauhütte. So sieht das aus und ich das als 3D-Modell bekomme. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert, wie der Drucker nach und nach jede einzelne Schicht quasi druckt, damit das am Ende natürlich zu einer Bauhütte wird. Das, was ihr da in Rot seht, ist dann die Bauhütte und das, was ihr in Hellblau seht, das ist das Unterstützungsmaterial, der sogenannte Support, den ich brauche, damit der Drucker den Rest fertigstellen kann und natürlich nicht in der Luft drucken muss. Ich hatte leider nur noch Rosa als Farbe, deswegen sieht das jetzt erst so aus. Also es ist jetzt erst fertig gedruckt. Bei weiteren Drucken würde ich das jetzt auch gerne als Zeitraffer machen. Das habe ich jetzt hier allerdings noch nicht gemacht. Bedeutet, so sieht die Bauhütte dann aus, wenn sie fertig gedruckt ist. Da sehen wir sie jetzt auch nochmal, wie sie auf meinem Tisch steht. Also nochmal in unterschiedlichen Perspektiven. Schicht für Schicht hat er da alles gedruckt. Gut. Als nächstes habe ich etwas Haftgrundierung aufgesprüht. Muss allerdings dazu sagen, ich habe, glaube ich, etwas zu wenig aufgesprüht. Es ist auch nicht ganz so einfach, weil er das hier wirklich jetzt alles als eins gedruckt hat. Da sind so viele Kanten und irgendwelche kleinen Ecken, wo du nicht ganz gescheit reinkommst. Natürlich sowohl mit dem Pinsel als auch mit der Sprühdose. Deswegen vielleicht ein bisschen zu wenig aufgetragen, aber wir gucken mal weiter. Dann habe ich mir meine Acrylfarben geschnappt und habe angefangen, das zu bemalen. Ich bin sehr ungeschickt dabei. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und so sieht das dann jetzt gerade aus. Die Bauhütte muss ich nochmal, glaube ich, ein bisschen drüber pinseln. Und was mir aufgefallen ist, das, was ihr da seht bei der Säge, quasi wo sich die Säge und der Hammer kreuzen, da ist tatsächlich unterhalb davon, ist noch weiß, weil das in echt auch so ist. Ich kann ja mal ein Bild dazulegen von der Bauhütte, aber so sieht das jetzt hier aus. Gebäude Nummer 1, haben wir schon mal fertig. Die Bauhütte. Ich werde es vielleicht nochmal ein bisschen überstreichen. Welches Gebäude denn als nächstes?